hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen folge humanits und ja ich habe jetzt mal den ratschlag von fritti angenommen und zwar mal endlich marker zu setzen zumindest habe ich jetzt erst mal eingesetzt und zwar hier nämlich weil hier wollte ich mal hin also hier hier das häuschen wollte ich mir ausbauen oder zumindest vorerst als lagerstätte nutzen und habe mir somit da erst mal ein markt eingesetzt als als so kleinen das passt aber wenig rein als kleines stream steigen gemacht ne ach so ne ach so ok für die gründe war es als kleines lager häuschen da kann ich über die ganzen sachen die wegpicken hier ist aber nicht viel platz drin sehe ich gerade aber ich könnte zum beispiel die rein jetzt die habe ich noch nie gebraucht ja was setzt sich da noch rein batterie muss sich wahrscheinlich halten dem motor die blau pause die brauche ich nicht dann gucken wir mal hier dann wollte ich doch mal zeigen wie das mit dem bauern funktioniert hat den ball bitte und der sp ja genau wie mit aber die bilder finde ich das arschklein destille was steht da irgendwas steht da ich kann es nicht lesen workbench hier sind die sind nicht gerade klein wie man sieht ich habe auch gerade versucht man mit mein gott dreht sich das langsam mal mit mit der mit dem controller zu spielen ich habe ja noch ein xbox controller liegen wo ich immer mit ja ich habe nicht so funktioniert so ich könnte jetzt einfach mal sachen die hinschmeißen und darauf kann ich den bestimmten sitzen aber erst wahrscheinlich wenn er fertig ist dafür kannst du den mal weg legen auf 4 wie ich jetzt mal eben kurz an meinen wagen und dann glaube ich habe ich doch die große axt drin oder habe ich überhaupt einige habe ich wort eine dabei ja wohl die habe ich sehr schön dann fühle ich diese lang weg ein lieber mit nein nicht den denn hier weil die würde ich jetzt gerne mal bauen war aber ich brauche noch den hammer und dann nämlich kann ich den paar sachen klein an der zerkleinern meine ich weil hier würde ich dann nämlich gerne von hier bis hier eventuell noch eine mauer setzen weil dieses schönen zeugt ist und da dann mal ja so als defense die fenster kann man ja auch zu machen das mache ich auch später noch steine brauche ich auch der arme kerl ist schon überladen auch betze habe ich gekriegt das ist gut jetzt müsste man nur noch bäume finden die sind hier wohl so wie es aussieht man die ware ich habe den richtigen spot ausgesucht hier der herr der wahnsinn fällt gerade was auf was esse und was trinke trinken genau da ist ein baum sehr schön habe ich dann auch genug platz sehr wohl habe ich wird sagen warum kloppt er denn so blöd drauf so und leider kann man die nur einzeln tragen und warte mal eben noch mal hinschmeißen weg geht das und dann kann ich mir schon die kleine stöcke hier auf nein nicht den lokalen noch eben kurz liegen das und ich schmeiße die wieder runter wenn ich mal eben kurz in die heimatstätte es ist klar hier war auch übrigens nur rote truhe da war so bis es ein bisschen schönes zeug drin ist mir aber aufgefallen ich brauche noch die säge damit kann ich dann mich brettchen machen ne gut okay ich habe ich könnte bretter mal hallo kannst du mal aufnehmen das ist auch viel ist doch manchmal noch ein bisschen barri oder komisch zumindest nein ja trete doch einfach mal drauf so den haben wir dann gucke ich mal eben ob wir den da drauf setzen können geht ein gut dann hier wird und nails einmal scrap metal und hier brauchen wir zweimal scrap metal bei den können wir zur not noch als waffe nehmen hier der ist auch noch da als zum zum dings machen hier zum lagern ich weiß nicht was kann man mit dem machen kann man das benutzen man kann es nicht klein machen ich tue nochmal kurz den schrotti wagen finden und dann können wir ein bisschen scrap metal holen baue ich hier nämlich erst mal so eine werkbank hin und vielleicht ein paar kisten damit ich die sachen hier lagern kann wie viel platz habe ich wir waren eigentlich irgendwo autos hier aber kein auto weil ich zerkleinern kann genau da war es auch ein bisschen was an energie da bin ich wenn ich ja der arme gerde die schafft müssen wir auch hier ich glaube hier war ich auch noch gar nicht drin ich habe übrigens rausgefunden wie man leer stehende häuser findet zumindest beziehungsweise einmal da hat es mir mal gesagt ich habe kein picker mehr deswegen noch mal ein bisschen auf die laute tour nur Müll drin die nehme ich natürlich auch mit Gucken wir, ob wir die jetzt schon fertig kriegen. Kleine baue ich nicht mehr. Für später. Pitti und seine Bitte, Marker zu setzen, bin ich dann somit nachgegangen. Zumindest einer. Warte aber auf. So, den haben wir dann auch fertig und der auch. Und hier kann man jetzt alle möglichen Sachen machen. Bait, wir haben keine Fische. Können wir die draus machen. Nägel könnten wir machen. Wir könnten Lockpicks machen. Ein improvisierter Speer. Seide können wir herstellen. Steinmesser brauchen wir nicht. Nagelbombe. Da war kein Pulver für. Metal Cleaver. Oh, die sieht ja mal nice aus. Hitzbau. Okay. Aber wir haben nicht genug davon. Übrigens habe ich auch den Wagen nachgetankt. Hier oben könnt ihr übrigens auch durchschalten, was ihr machen wollt. Hier ist zum Beispiel für Fenster. Könnt ihr von außen die Fenster zunageln, sodass sie nicht da durchtreten, sozusagen. Guck mal, man kann auch hier so machen, sehe ich gerade. Ist sogar noch besser. Wenn man das wieder weg machen kann. Remove. Da brauchen wir eh nicht viel Material für, das ist schlimm. Ich zeige gleich mal, was hier drin ist. Vielleicht ist da noch was drin, ich weiß es nicht mehr. Die kann man nicht kaputt zumachen, weil die ist ja klar, das ist ja zu klein, das Fenster. Mal gucken, wie viel ich habe. Mit mir noch Wurz, das habe ich ja hier irgendwo hingelegt gehabt, ne? Da war ich jetzt überall ... Ah, hier war doch ... Ne, wo ist nicht? Ist das die Sport schon? Ah, hier. Wir können uns nachher noch eine Tischsäge bauen, das ist ein wenig effizienter und schneller. Auf jeden Fall effizienter, aber in der Zwischenzeit können wir das erstmal so machen. Ich muss noch mal was trinken, fährt mir gerade mal so auf. Ich muss noch mal trinkbarer, nämlich das. Schluck, schluck, schluck ... Muss unbedingt die ... Energie ... Wo ist denn das die wieder hin? Will ich die mal auf die 4 setzen, oder geht das nicht? Das geht nicht. Okay, dann kommst du wieder ... Wo ist es? Ach da. Kann ich das auch so schon machen, oder? Ne, da hebt das auf. Das ist ja blödsinn, dann kann ich das auch direkt hier machen. Weil die Loks brauche ich jetzt so nicht. Wo ist es da? Handful, ja, ist ja klar. Hallo? Du stehst genau davor. Du sollst auch den ... Hallo, du hattest aber jetzt ... Sag mal, will ich mich verarschen? Aha, danke. So, jetzt sammeln mal auf. Sammeln mal auf, mein Scham's. Gebrauchst du dich jetzt momentan nicht. Inventar voll. Warte, kann ich den mal in kurzem droppen? So, dann gehen wir nochmal zurück. Wenn wir die schon mal dicht machen hier. Man muss immer den Hammer in der Hand halten und das hier anmachen, damit man das fertig kriegt. Damit man bauen kann. Ein bisschen umständlich anstatt nur den Hammer in der Hand zu halten. Ich glaube, die Fenster haben jetzt wenigstens mal zu. Ich meine, das ist jetzt nur, damit ich das mal zeige, ne? So ein bisschen bauen und so. Habe ich ja auch mal gesagt, ich will mal ein bisschen bauen. Jetzt zeige ich mal hier, was hier drin ist. Äh, das hatte ich aufgemacht. Das ist wieder neu gespawnt, oder was? Ja. Auch nicht schlecht. Habe ich hier noch Lockpicks drin. Annehmen hier die Draht. Elektro-Käbel brauche ich später. 13 Prozent, ich kann hier auch droppen. Den Händler habe ich bis jetzt noch gar nicht gefunden. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Hier haben wir noch Gantt-Powder. Ich würde erstmal das hier hier rüberlegen. Ne, cancel. Sortieren. Den und den da rein. Den brauchen wir eh nur, wenn wir den Wagen finden. Und die Anglereien. So. Dann. Wir sind auch hier. Ähm. Ich wende mal hier hingehen. Da sind noch Autos, oder hier. Hier waren es, glaube ich. Gehe ich, oder fahre ich? Ich gehe. Ich habe den übrigens aufgetankt. Kann ich nochmal auftanken? Glaube ich ja. Ne, kann ich nicht. Weil ich die Tanks irgendwie aus meinem Inventar verloren habe. Ich hatte zwei volle in der Tasche. Und drei leere Reine noch mit dabei. Die sind alle weg. Ja, danke, Spiel. Das hatten die angeblich behoben, dass es verloren geht. Aber ich hatte hundert Prozent noch zwei volle hier drin. Habe ich die schon hier irgendwo reingetan? Und Leer hatte ich auch dabei. Wo ist denn jetzt hier der? Da. Nö, die habe ich hier nicht drin. Hä? Wo war das schon mal? Wo? Metal Sheet holen wir ja noch. Wurteilen wir auch nicht mehr. Okay, ist klar. Lagen wir mal den Nägel schon mal rein, bevor wir das Toils da dran machen. Das ist auch sehr clever. Herrlich. Herrlich unruhig manchmal solche Spiele. Wo habe ich denn jetzt die reingetan? Das möchte ich jetzt echt gerne mal wissen. Ich habe die eigentlich nirgendwo reingetan. Ich musste die eigentlich irgendwo hier... Die brauchen wir erstmal nicht. 357er Magnum. Da habe ich die Pistole jetzt auch weg. Ne, da oben ist die. Wo ist die da drinne? Ähm... Die brauchen wir nicht. Das schmeiße ich nachher weg. Den brauchen wir erstmal noch nicht. Das lasse ich auch mal hier. Hab ich sonst noch was? Was war es? Na, die brauche ich nicht. Das lasse ich auch mal hier. Und das war es. Ich könnte mich ja schon mal schlafen legen. Ne, wie spät haben wir es denn? 19 Uhr 2. Hier was reingetan? Ja, habe ich. Es ist schade, dass wir die Sachen nicht kaputt haben. Ach, guck mal hier ist ja ein Fireplace. Ich glaube... Ich lege mich bei ihm schlafen. So. Nein. Early zu steep. Okay, ich glaube, ab 8 Uhr kann man schlafen dann, so wie es aussieht. Dann gehen wir uns noch ein paar Scrabbies holen. Ich lasse das Fahrzeug aber hier stehen. Ein bisschen Sprit tanken, ne? Äh, sparen, meine ich. Aber so haben wir schon mal wenigstens ein bisschen gebaut. Ich habe jetzt eigentlich auch keine Waffe mit, ne? Wenn ich jetzt Scrab Metal hole, dann nehme ich lieber noch eine Waffe mit. Und die Axt lasse ich dann hier. Die nehme ich dann später nochmal mit der... Bitte. Den Wagen könnte ich eigentlich auch mal leer machen. Aber das mache ich dann später. Wo ist es jetzt? Ja, die Axt hier lassen und den Knüppel mitnehmen. Muss man eben was trinken? Wo ist denn mein... Wo ist denn mein Getränk? Ich habe vergessen, über den Trink bereitzustellen. War klar, ne? Egal, dann machen wir das noch die paar Minuten. Und äh... Ich glaube, ich werde dann... Wisst ihr was? Ich werde mal warten. Ich werde mal warten hier bis es 8 Uhr ist. Zuhause. Dann schlafen wir eine Runde und sehen uns dann. Dann also erst zur nächsten Folge am nächsten Tag wieder. So schnell kann es gehen. Die 25 Minuten fast vorbei. Dann warte ich hier und dann gehen wir schlafen. Na warte mal. Ich mach mal die Bude zu. Nicht, dass wir irgendwie... Irgendwie jemand hier rein latscht. Wenn dann will ich auch auf dem Bett schlafen. Und dann, wollte ich mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Euer Wubra. Tschüss.